Im Reservorischen Streifersuch wird ein vereinfachtes Modell erstellt. Dieses besteht lediglich aus einem Schuhkartondeckel, der durch Umknicken der Randung auf der einen Seite etwas erhöht gestellt wurde und in der Mitte befinden sich drei versetzte Reihen mit roten Nägeln, die die Goldfolie darstellen. Als Fotofilm wird ein gelber Pappstreifen angeklebt. Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass die Schräge möglichst nicht nach links oder nach rechts geneigt ist. Lassen Sie eine Metallkugel aus ca. 2 cm Höhe auf das Startfeld fallen und beobachten Sie den Verlauf der Kugel. Notieren Sie, ob die Kugel ein Nagel genau trifft, ihn streift oder zwischen den Nägeln ohne Berührung hindurchläuft. Führen Sie diesen Versuch 30 mal durch.